So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich füge einen Gegner Schaden zu mit einem Revolver über 30 Meter. Ihr seht schon, Bot steht schon bereit. Ah, stimmt noch zu nah. Ja, ja, ja. Ich muss weiter weg von dem. Wie gesagt, so, oh, war doch. Ich muss ein bisschen offener stehen, dass ich ihn noch sehe. Ja, das sind ja so Aufgaben, ne? Also, ich weiß nicht, was haltet ihr derzeit von den Aufgaben? Ja, schnell danach. Hallo. Ah. Zack. Das dürfte eigentlich gepasst haben. Also, Schaden habe ich ja genug gemacht. Jetzt sag nicht 99. Ne, 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 das... Hallo? Nicht 99. Ist das denn ernst? Als ob ich nur 99 Schaden gemacht habe. LoL. Den einen Schadenspunkt will ich aber jetzt auch noch haben. Mir ist egal, wie lange es hier dauert. Na toll, den wollte ich haben. Ich komme schwimmen rüber. So, der wird ja wohl weit genug gewesen sein jetzt. Und? Aufgabe. Hallo? Immer noch 99. Das waren ja wohl mehr als 30 Meter. Das sind 74 Meter. 114er Headshot. Aha, jetzt zählt es dann. Mann, Mann, Mann. Also, in dem Sinne, ihr habt es gesehen. Es kann ein bisschen schwieriger werden, auch wenn ihr den Schaden gemacht habt. So, jetzt gucken wir, ob ich ihn noch so weggeholt bekommen. Ach Gott, was ist denn hier los? Aus allen Richtungen hier. So, ich bin aber jetzt erstmal raus. Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch für Aufgaben machen kann nebenher. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.